Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play 4 Horner weiter mit Jan im Koop Modus, Story Modus. Richtig, Koop, Multiplayer together. Ey Jürgen. Soll ich nochmal erzählen? Nein, wir fangen jetzt an. Wir spielen auf schwer und los geht's. Ich lasse alle so, ich finde die Zusammensetzung immer ziemlich geil. Also ich lasse das auf ganz bestimmt nicht so. Ja, ich würde mal wieder Heal damit reinmachen. Dann stirbst du auch nicht so. Dann stirbst du auch nicht ständig. Seit wo du kein Heal mehr hast, stirbst du ständig. Mach mal hier, du leidest 30% weniger Schaden. Ja und, was bringt dir das, wenn du dich wieder nicht heilen kannst? Ich tausch das mal ein bisschen weiter. Ey Jürgen, hast du das Kind extra überfahren? Nein, mit Allrad. Das ist so flach, ne? Der ist schon richtig gut. Oh, der ist denn jetzt auch da. Tada, heute bereit, Action. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Oh maa. Was denn? Jaaah! Ah, was ist denn? Ah, 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 ah. Mein Müsli blubbert im Bauch, Alter. Dein Müsli blubbert im Bauch? Ja, ich glaube ich muss gleich erstmal richtig fett wohin. Oh, oh. 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 Mann am Boden. Ich war auf der Suche nach Arju. Männer. Da liegt nur einer am Boden, guck der da. Die anderen sind alle Warmduscher. Boah, schon voll, die fliegen drumherum. Was haben wir denn da? Weißt du vielleicht, wo Arju ist? Hm. Ah. Okay. Oh, Jesus hat mich auch nicht gebraucht. Auf O drücken. Oh, Gott da. Was mich an der Daimyo Arju am meisten beeindruckte, war ihre Skrupellosigkeit. Und doch machte sie sich etwas vor, was ihre Beweggründe anging. Okay. Ich glaube, sie konnte sich nicht eingestehen, dass es ihr nur... Ist da irgendwas? Ne, ne? Gibt es hier noch irgendwas? Hier oben. Nö. Gibt mir auch nichts. Gibt mir auch nichts. Okay. Okay, ab gehts. Ich muss nur dem Horn folgen. Ich muss nur dem Horn folgen? Ach, dem Horn. Feinde! Auf in den Kampf! Ja, was ist das? Warte. Arm, Junge. Arm, Junge. Bei den Samurais ist das ja wohl ein bisschen leckerlich, ne? Ich kann nicht klatschen, Alter. Immer in die Eierreihe. Oh ja, oh ja, gibst du den Baby. Oh, peitsch mich aus. Hallo, Baum. Hier, warte, bleib mal so stehen. Dreh mir mal den Arsch zu mir. Dreh mal den Arsch zu mir. Ja, genau so. Oh ja, peitsch dich aus, du geiler Bock. Ui, ui, ui. Oh, du bist K.O. Ja. Okay, komm, jetzt aber ein, zwei, drei, drei. Oh, dann können wir was kaputt machen. Diese Wikinger brauchen eine Lektion. Ich brauche einen Schlag. Zack. Zack. Sturm, Front, S, das. Und loslassen, hä? Ah, guck mal hier. S, dann. Arm, Junge. Kannst du sehen, was ich gemacht habe, Alter, mit der King, Junge? Ah, mach ich das halt. Ja, wenn du mich immer schlägst. Jawohl. Bäh. Geh weiter. Rechts können wir was kaputt machen. Hoffentlich hat Ayu noch nicht alle geschüttet. Aua. Aua. Okay, Kampf. Aufhören, Kinder, aufhören. Aua. Aufhören, Kinder. Aufhören, Kinder. Mama, wir sind da. Könnt ihr bitte mal aufhören? Hör mal die ganz kleinen Babys zerstören hier. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, nee, nee. Hört auf, auf mich zu schlagen. Meine Mutter hat gesagt, dann gibt es Auszeit. Gibt es Auszeit? Ja, wenn du keine Ausdauer mehr hast, gibt es Auszeit. Flieht. Zu Wahala. Falt ist voll. Haben die doch gerade gerufen. Ja, haben sie mir gesagt. Ja, wohin wollt ihr fliehen, hä? Hier ist die Brücke oben, ihr Idioten. Kann ich hier runterfallen? Nein. Oh, kommt da einer. Siehst du den? Der kommt. So, ich boxe ihn sofort runter hier. Alter, hier kommt immer mehr. Oh, hier oben kann ich was zerstören. Aber wie kommt man hier hoch? Ah, hier lang. Jawohl, hier habe ich was. Wie immer, ja. Oder? Jawohl, drei von fünf. Hier ist da oben einer. Er macht gleich die Tür wieder zu. Komm raus, du Idiot. Der ist gleich wieder reingegangen, hat die Tür zugemacht. Oh, ich habe einen Boss. Ich will nicht mehr. Mama, ich will nach Hause. Hör mal vorhalten. Hast du einen Boss? Ja. Du bist ja auf einer ganz anderen Seite wie ich. Komm zu dir. Oh, scheiße, es war oben. Ich kriege richtig aufs Maul gerade. Du bist da oben, ne? Ich muss mich erst mal heilen, so. Oh, hallo, Olaf. Das hätte vorhin bei den Wikinger angepasst. Na, wie heißt du, mein Freund? Olaf. Ja, du kannst beide Schläge blocken. Von meinem Kollegen und von mir. Du bist der ultimative Wikinger. Oah. Aua. War im Korb zu. Bist du jetzt fertig? Bist du jetzt fertig? Hier ist noch einer, den müssen wir wegmachen. Okay. Oh, ich muss hinter uns aufräumen. Die machen die Türen immer auf und zu. Oh, der hat mir weggeschubst. Also die mittlere Maustaste hier dieses Dingens ist bei den Samurais richtig schlecht. So. Ziel geschissen. Okay, los geht's. Die stecken Kopf in Wasser. Die wurden getauft. Ich musste einen Krieg verhindern. Du bist ganz schön faltig. Schätze, der Kaiser hat sich in euch geirrt. Oh, Belegungen. Unsere Nachbarn sind hartnäckig. Ja, das sind sie. Sichert das Dock. Wir treffen euch dort. Okay. Wir müssen das Dock sichern. Jetzt aber Gas und vernünftig. Ho, 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 ho. Das ist nicht witzig. Doch. Boah, ho, 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 ho. Ich finde das schon lustig. Ich wollte die Wikinger schreien, bevor sie mit ihrer Beute abziehen konnten. Ich wollte schon, dass hier ganz schön viele sind, ne? Ja, macht doch nichts. Erster Down. Zack, der brennt. Zack, der brennt. Zack, der brennt. Zack, der brennt auch. Der ist tot. Manchmal ist es auch einfach schlau, sich ein bisschen zurückzuziehen, ne? Ja. Jawoll, habe ich auch. Den haben wir auch. Klingt doch easy, oder nicht? Kein Ding. Hol doch deinen Bogen raus. Ich hasse Wikinger. Schützen. Vergesst den Befehl. Wir haben Dringenderes zu tun. Seijuro. Apollion gab ihm den Palast. Es erfordert mehr als einen Palast, um über uns zu herrschen. Wir stoßen den Emporkömmling vom Kaiserlichen Thron. Oh, guck mal, der hat ein Schmetterling auf den Kopf. Schmetterling. Schmetter, Schmetter, Schmetterling. Schmetter, Schmetterling. Kannst du ja richtig mit dem Wegschmärschen, Alter. Ja, die kann hochfliegen, Junge. Der Schmetterling hebt die an. Schmetter, Schmetter, Schmetter. Das war's. Missionenbeschissen. Missionbelohnung. Oh, Donnerwetter. Einen beobachten zu kosten. Wir sind zu schlechter drin. Ja, wir haben da kein Auge für. Glaube ich einfach. Äh, ich hab... Okay. Weiter. Doppeldoppeldreißig werden wir niemals erreichen, oder? Tja, keine Ahnung. Eines Monats führt Taju ihre vereinte Armee vor den Palast des Kaisers. Sind ja noch 4, 5 und 6, also... Glaube ich bis jetzt. 17. Dieser Orochi aber würde den Lauf der Geschichte bestimmen. Okay, wir sagen damit vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen, tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.